Nice, du hast Kohle, das ist wichtig. Dann sind wir nicht mehr von der Holzkohle abhängig. Du, ich baue mich hier in die Richtung und du in die andere. Joa, ich weiß nicht kurz. Auf welcher Höhe sind wir denn? Auf... 8 sind wir. Ah, ich hab Eisen. Ich bin lieber auf 11, muss ich sagen, deswegen... Ich hab Diamanten! Ich hab Diamanten! So, Öfen mitnehmen. Leute tot. Vier Leute erst. Joa... Dann nehm ich natürlich auch unseren Crafting Table mit, damit wir hier auch gar nichts verschwenden, obwohl wir jetzt eigentlich genug haben. Aber wenn wir Holzkohle und so machen, will ich lieber sicher gehen. So Flo, wo bist denn du? Du bist hier einfach runter, ne? Ja, genau. So. So, jetzt schreibt nicht so viel, die sind alle schon tot, die da schreiben. Neus. Wir müssen uns konzentrieren. Jaja. Okay, ich hab uns einiges mitgebracht, in tollen Sachen. Von der Oberfläche. Gab dir Grace Period. So, hier pass auf Flo. Hier baue ich jetzt unser kleines Zwischenlager. Ah, okay. Ich baue mich weiter nach unten. Wir sind jetzt schon auf 18 Feet. Nice. Leute, ähm... Ihr seht jetzt gerade noch nichts, aber es wird sich in ein paar Sekunden ändern. Versprochen. Ich hoffe, das geht jetzt zur Notspult halt die zwei Minütchen vor. Zwei Sekündchen. Ich baue grad schon den Ofen für die Holzkohle. Wenn ihr noch immer dran seid, hättet ihr hier ja vorspulen sollen. Aber dann hättet ihr verpasst, wie Green gestorben ist. Boah, das find ich voll geil. Voll die kratze Scheiße. Ich mach Holzkohle, indem ich mit normalem Holz, Holz verbrenne. Ja. Äh... Ne, schade. Das ist ein Zmarag. Ich dachte schon, das wären dir. Jetzt ernst? Achso. Aber du hast Eisen. Ja. Nice. Nice. Das ist sehr gut, sehr gut. Zwar nix, aber... Alter, was ist das? Sieht das nur so... Achso, die Mapgrenze bestimmt. Hintern. So, hier haben wir schon mal Holzkohle, Holzkohle, Holzkohle. Äh... Bauen wir mal noch einen Ofen. Ja, genau. Ja, das ist vier Eisen. So, ich hab Fackeln. Wir müssen mit dem Fackeln auch sparsam umgehen, ein bisschen. Bis wir Kohle gefunden haben halt. So, das reicht jetzt auch schon an, äh, Holzkohle. Na ja, leuchten, damit die Zuschauer was sehen. Eine Fackel oder zwei. Und das kommt jetzt hier rein, überall in den Ofen. Geben. So, gut. Ich hab jetzt hier 16 Fackeln. Das heißt, jeder kriegt acht. Ja, okay. Boah, ich hab mein Inventar voll... Dann baue ich mal hier wieder zu. Das mag... Oh, da. Ich hab ein Eisen vergessen. So, mit einer schönen Fackel. Okay. Ich hab hier auch noch Redstone dabei. Achso, unser Lager ist noch gar nicht ausgeleuchtet. Hehehe. Natürlich. Gut. So. Jetzt ist... Hier schon... Und jetzt, äh, geht's auf, auf ans Stripmine. Ach, hier ist das Maragd. Nein, du hast Kohle. Das ist wichtig. Also, wir nicht mehr von der Holzkohle abhängig. Du, ich baue mich hier in die Richtung und du in die andere. Jo, ich weiß nicht. Auf welcher Höhe sind wir denn? Auf... Acht sind wir. Ah, ich hab Eisen. Ich bin lieber auf elf, muss ich sagen. Deswegen... Ich hab Diamanten! Ich hab Diamanten! Ja! Flo! Warte! Ich mach ne Eisenspitzhacke. Geh mir deine... Ach nee, da oben ist ja... Ja! Wie geil! Ich baue mich einfach in die Wand. Du pfetierst. Okay Flo. Du darfst sagen, dass du Glück hast, mit Torm zusammen zu spielen. Ja! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Eisenspitzhacke! Äh... Oh mein Gott, das ist episch! Ja Ben, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Ich hab... Hau rein, hier! Geh pfüß! Nee, warte, ich muss jetzt erst Dias abbauen. Oh, das sind viele Flo! Wir können uns beide... Ja, wir können uns beide Dias-Schwerter... Episch! Vier Stück! Geschleuter! Ich glaub, wir sind die einzigen mit Dias. Hab ich irgendwie so im Gefühl. Das... Flo, vergesst nicht zu sneaken, ne? Warte, ich mach uns direkt mal die Dias-Schwerter, damit wir uns im Notfall verteidigen können. Alter, wenn die da so ankommen... Jo, jo, jo! Und auf einmal... Hier die Dias-Schwerter so hervor! Oh, das ist episch, ey! Dass wir so früh Dias finden, das ist echt gut! Ja, das ist natürlich praktisch. Damit hat das Blatt eine unerwartete Wendung angenommen. Okay, Flo? Ja? Hier? So... Da ist das Schnuckel! Leute, ich habe kein... Hä, ich auch nicht! Wir schneiden das hinterher! Was ist denn Spaß? Hier! Wahrscheinlich können die alle nicht schneiden. Außerdem ist er eh tot. Ach, der will trotzdem noch mit aufnehmen! So, hier ist auch noch Eisen. Ähm... Gut, ähm... Ich meine, habe ich gesagt, dass wir total schnell Dias finden? Ja gut, das habe ich! Oh man, wahrscheinlich in der ersten... In den ersten fünf Minuten... In den ersten zwei Minuten Strip mal in Dias gefunden! Ich brauche mich auch noch in die genau falsche Richtung, sonst hätte ich die mal gefunden! Ja, das stimmt! Aber... Na gut, ich bleibe auch meinetwegen auf dieser Höhe! Was hast du? Den Gang dahin gebaut. Ich gehe auch mal auf neun, ich war gerade auf zehn. Ach so, du hast... Ich dachte, du hättest wieder dir, dass es wäre! Das wäre natürlich geil! Boah, jetzt ist hier so viel Kies! Ja, ich habe eine Schaufel bekommen am Anfang! Ich nicht! Ich habe nur Holzspitze... Alter, ist hier viel Kies! Alter, wie viel Kies ist die hier gerade! Kohle? Ja! Ist doch gut! Ach so! Aber ich habe leider mehr als diese eine Kohle... Alter! Eisen wieder! Gut! Flo? Ja? Das ist krank! Ja! Guck mal, wie viel Kies hier ist! Ich hab... Oh man, das ist Lapis Lazuli! Aber nehme ich mal mit fürs Ver... Ah ne, Verzaubern ist... Ne! Erstmal nur nicht! Wenn wir hinter dir... In... Ja! Mal zu! Nein, ich übersprich dich, Mensch! Mal einfach! Sag noch mal! Weißt du, wir haben gerade mal eine Kohleader auf vier Eisen und finden schon Dias! Ja, und zwar vier Stück! So, Redstone brauchen wir ja nicht! Ne! Alter, ich mache mir jetzt eine Schaufel! Ohne Witz! Ich habe keinen Bock mehr! Ich mache mal hier unten auch noch ein Crafting Table! Damit das einfach ein bisschen schneller geht! Gott sei Dank sieht man hier auch nicht die Erfolge, sonst hätten alle schon gewusst, dass wir Dias haben jetzt! Oh! Oh! Schon! Das... Das ist schnell eigentlich! Der Bro-Gamer, 269 Blöcke! Immer mal zwischendurch ruhig tracken, damit wir sehen, ob jemand kommt! Genau! Ich denke mal, wer jetzt schon auf Spieler geht, der ist... Ja, der ist... Es sei denn, er hat irgendeine Taktik hier dabei verfolgt! Flo, wir müssen uns unbedingt jetzt um die Rüstung kümmern, ohne Spaß! Uns überrascht uns hier gleich einer! Dann bringen uns auch unsere Dias später nichts! Okay? Wir brauchen unbedingt Eisen! Ja, ich habe... Ja, ich habe... Im Inventar... Wie viele Eisen hast du? Kommt der Bro-Gamer gerade näher? Flo, wie viele Eisen hast du? Also... 5 nochmal! Okay... Ja, wir... Wir brauchen zuerst unbedingt zwei Chessplates! Danach Hosen, danach Helme... Genau! So, ich komme auch mal wieder hoch! Und liefer das ab, was ich habe, mein Freund! Linken Ofen habe ich nochmal Eisen getan! Wir brauchen wir beide mit unseren schönen Dias später, ey! Ja, aber es kommt auch keiner näher, der Bro-Gamer ist weiter! Das ist richtig unverschämt, dass wir schon Dias haben! Och, ich finde es nicht schlimm! Und jetzt gucken wir so in die anderen Folgen und die haben alle schon Dias Rüstung! Ich wette, einer kommt hier mit Hanks an oder so! Nein! Also, so schlecht ist hier, denke ich, keiner! Boah, wir haben richtig mies, wenn... Ich glaube, es sind zwei, drei Leute, die nicht zu uns, also zu dem Projekt gehören! Dabei, wenn einer darf und Hanks hat, ey! Das wäre richtig mies! Ja, aber macht ja nichts! Wäre kein Problem für uns, Flo! Kennst uns doch! Wir besiegen einen auch mit Kill-Aura und allem! Haben wir schon mal! Hat mir einer in die Kommentare geschrieben! Bei BadRoss hat er eine Kill-Aura! Lol! Oh, ich bin an der Map-Grenze! Habe ich das? Ja, ich bin an der Map-Grenze! Geil, Lore! Ach, ich habe in die Richtung gebaut! Mhm! Ja, das heißt, jetzt werden die richtigen Strip-Mine-Systeme hier ausgeführt! Flo, du kannst jetzt zu mir kommen! Auf neue Fackeln und... Ja, Flo, komm mal zu mir hier! Hier wird jetzt gestript-mined! Du kannst mal alle Sachen von oben mitbringen! Dann bauen wir hier unser neues Lager, okay? Äh, ja toll! Dann rein ich mal eben aus meinem Gang zurück! Ja, dann hoch! Nimm die ganzen Sachen mit! Öfen auch und so! Und dann kommen wir hier hin! Und hier bauen wir jetzt... Oh! Ja, einfach meinen Gang! Immer geradeaus! Weil hier bauen wir jetzt das Strip-Mine-System auf! Immer noch! Also das ist wichtig, äh... Du mein, jemanden ist der auch weit entfernt? Kriegst du auch den Bro-Gamer? Ja, der ist 244 Blöcke weg! Okay! Nicht, dass ich hinterher nur noch irgendwie den Bro-Gamer aus irgendeinem Grund empfangen kann? Ne, ne! Ähm, Black Up gehört glaube ich nicht sonst! Ich weiß es gar nicht! Ich meine, ich weiß generell nicht so genau, wer es... Ne, weiß ich auch nicht genau! Wird ihr in den Kommentaren schon sehen! Genau! Boah, ich schau auf jeden Fall... Auf jeden Fall sind wir glaube ich der größte Channel, der dabei ist! Ja, oder... Also auf jeden Fall einer der größten! Ja! Wir sind hier aber auch einfach die Fame-Boys! Also jeder hier kennt uns! Äh, oder auch nicht! Äh, außer Mervi jetzt! Mervi kennt uns! Da gelassen! Was ist denn für einer? Was denn? Kohle hast du da gelassen! Warum... Warum ist jetzt keine Map-Granze mehr hier? Map-Map-Granze! Ah, da wurde der erste von einem Spieler geschlagen! Also, einer der ersten! Achso! Okay, die Map-Granze ist hier so komisch! Okay! Okay, vergiss das hier! Das können wir wieder zu... Oh ne, da ist eine Fackel drin! Oh, die brauche ich! Also hier das Lager... Hier ist auch ganz viel Kohle! Ja, genau! Hier bauen wir jetzt das Lager! Ich baue hier schon mal ein Lager! Ich brauche auch ein bisschen Holz noch von dir! Ich habe keine Spitzhacken mehr! Ja, warte! Guck hier! Hier bauen wir das Lager, Flo! Das wären doch hier Strip-Mine-Gänge! Oh! Außerdem ist hier Kohle! Und Redstone! So, pass auf! Dann setzen wir die ganzen Sachen hier hin! Und dann bauen wir auch mal...